Ich grüße euch, ja, lange nichts mehr gemacht, es ist nicht, weil ich euch nicht mag oder so, sondern weil ich halt keine Stimme gehabt habe, etwas zu tun gehabt habe und ich möchte ich halt nur sagen, es geht mir dementsprechend auch gut und ich darf euch wirklich noch sagen, für mich wird's und ich finde euch sehr, sehr cool, egal was ihr macht, ich danke euch auf jeden Fall und noch was nicht vergessen, ich werde mich bemühen, diese Videos hier zu machen und bleibt dran bitte, es ist nur für Wochenend und Feiertag und ich habe eigentlich noch die Sommerpause, aber bis ihr das Video seht, ist es schon längst vorbei, ich wünsche euch noch was, für dich, tschüss.